hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem blog trainer youtube kanal heute wieder mit super spannenden themen ihr wisst es die sind immer super spannend und wir schauen gerade auf das erste spannende thema ist nämlich die blog zeit nicht nur die blog zeit die wir gerade mit 600 96.409 angegeben haben sondern auch dass der mempool wieder ordentlich voll ist guckt euch das mal abgesehen was auch immer das war mal abgesehen von den von den blöcken hier sehen wir dass die ja das hier aktuell sehr sehr viele blöcke warten ja also wir haben wieder sehr viele transaktionen die in den bitcoin blog wollen wir sehen dass hier bis zu acht blöcke 10 mb sind hier noch hinten dran an den blöcken die wir hier sehen die rein wollen ja sehr sehr cool auf jeden fall eine interessante entwicklung ja dann habe ich vor kurzem dieses video hochgeladen das war ein interview mit dem energie manager mike herrmann der arbeitete bei tenet tenet ist der größte energieverteiler in deutschland das sind diese netzbetreiber die dann halt schauen dass der strom irgendwo wenn er erzeugt wurde auch in die haushalte und in die betriebe industrien und so weiter kommen und diese grafik die man hier sieht ist sehr interessant denn erneuerbare energien haben immer einen überproduzierten satz das liegt einfach daran dass wir das nicht steuern können wie viel erneuerbare energien sonne solaranlage oder sowas fördert und das ist ein riesen problem weil ja zum beispiel windkraft wasserkraft solar das alles ist einem verschleiß unterlegen und der muss mit rein kalkuliert werden plus wenn überproduziert wird die energie dann wird die teilweise sogar im minusbereich verkauft hauptsache das netz wird nicht über überlastet und gerade wenn wir weg wollen von den ganzen fossilen brennstoffen also öl und kohle und vor allem öl was man relativ schnell hoch und runter fahren kann um zum beispiel auch schwankungen im netz auszugleichen wenn wir davon weg wollen dann brauchen wir immer mehr erneuerbare energien und haben dann aber auch immer mehr das problem dass diese energie nicht gleichmäßig verfügbar sind und hier hatte der mike hermann auf eins meiner konzepte nämlich reagiert dass ich damals gesagt habe hey mit bitcoin mining könnte das gehen und ganz unabhängig von ihm als energie manager für tenet hat jetzt blockstream ähnliches vor und zwar nicht nur ähnliches sondern genau das als könnte ich business cases erfinden meldet euch bei mir ich nehme ein paar prozent als unternehmensanteilung gibt einfach nur beratung also wenn ihr irgendwas hochziehen wollt ich habe gute ideen wie ihr seht blockstream bekannt für sehr sehr viele entwicklungen rund um bitcoin auch mit vielen services die durchaus sehr sehr gut sind und hier zum beispiel auch so ein service das blockstream mittlerweile einen satelliten im himmel hat mehrere sogar es sind glaube ich fünf sechs bei verschiedenen anbietern und dafür sorgt dass hier sieht man es ja hier sieht man auch die anbieter dafür sorgt dass die bitcoin-blockchain überall auf der welt verfügbar ist also in den meisten ländern sie machen immer mehr satelliten dazu aber ganz wichtig blockstream macht genau solche sachen wirklich coole entwicklung unterstützt das bitcoin netzwerk der geschäftsführer adam beck ist quasi der erfinder des proof of work wenn man so will da er damals hashcash erfunden einen proof of work algorithmus um spamming bei e mails zu verhindern ja genau und dann habe ich ja wie gesagt hier erklärt dass wir eigentlich energieverbraucher bräuchten dort wo erneuerbare energien erzeugt werden weil wenn jetzt überproduziert wird also zu viel sonnenenergie da ist so viel windkraft oder was auch immer da muss die energie irgendwo hin gerade wenn man nicht einfach nur die geräte verschleißen lassen will immer wieder anhalten will und so weiter und den strom nicht verkauft bekommt und genau da kann man dann solche container hinstellen hier blockstream lässt sie dann einfach modular da hinstellen diese container können die last im netz messen und können auch selber regulieren ob sie ein teil für mining teil in das netz geben komplett ins mining komplett ins netz wieder den strom geben und das hat den riesen vorteil dass gerade die die erneuerbare energien bauen davon profitieren dass sie jetzt deutlich rentabler sind weil sie selbst wenn ihr strom überproduziert ist und der niveau zu gebrauchen ist ja hier auf jeden fall zu gebrauchen ist und das ist halt einfach der wahnsinn weil genau diese entwicklung müssen wir gerade sehen das ist die entwicklung die bitcoin die wo bitcoin ganz aktiv dem thema erneuerbare energien zugute kommt und das sogar fördert weil wenn man sich überlegt dass es sonst schwieriger ist als energieversorger oder stromerzeuger erneuerbare energien aufzubauen wie windkraft und so weil man eben immer diese kalkulation der überproduzierten energie mit reinrechnen muss dann wird man hiermit wieder effizienter sein ja viele haben nach dem video gesagt ja ist doch voll der quatsch weil mining hardware muss ja 24 7 laufen und das stimmt nicht also gerade wenn man neue mining hardware hat ich kenne leute die haben wirklich die haben im dezember die a19 pro miner gekauft von blocks von von bitmain und diese mining geräte waren nach einem halben oder dreiviertel jahr abbezahlt ja das hat sich sehr gelohnt gerade neue geräte sind schnell abbezahlt das heißt die müssen nicht rund um die uhr laufen um sich zu rentieren ja also ganz wichtig und die haben ja auch eine gewisse lebenszeit und deswegen kann man dieses konzept mega gut nutzen und so ist bitcoin mehr oder weniger zu verstehen als ja als förderer für erneuerbare energien wirklich der wahnsinn viele wollen das nicht verstehen ihr kennt das ganze thema diese debatten heute noch gestritten mit dem fabio demasi da kommen wir gleich auch noch mal drauf ich war nämlich jetzt in einem podcast mit ihm aber dazu gleich mehr und ja neben blockstream die ja sowieso mit dem mining immer größer gerade werden und diese mmus also diese sogenannten hier diese sogenannten wie heißt das übersetzt nochmal mining modular mining units oder so wo aus schuldigung ich gucke gerade noch mal hier steht es immer mit dem ja hier oben stand es da was so ja modular mining units war doch richtig genau neben diesen lösungen gibt es jetzt eine weitere große meldung dass der twitter ceo jack dorsey gleichzeitig auch ceo von square ist die open source technologien für bitcoin bauen der hat jetzt angekündigt hat sich jetzt in einem tweet herausgestellt nachdem der andrew kitt geschrieben hat hey ich möchte jetzt mit compass mining ja mining betreiben hat jack dorsey getan gesagt dass er es auch tun wird und ebenfalls mit compass mining compass mining hat sich als aufgabe gemacht das mining dezentral zu halten weil wir haben ja ein riesen problem wenn nur noch große unternehmen wie der marapool oder so mining hardware besitzen und mining betreiben das nicht gut und als kleine privatperson das ist sehr sehr schwierig mit einem mining gerät und mit ich sag mal wirklich dem strom den wir zuhause bekommen der nämlich relativ teuer ist rentabel mining zu betreiben ist fast nicht möglich und da gibt es jetzt dienstleister die sagen hey wir wollen das für den einfachen bürger anbieten können weil wir wollen das mining dezentral bleibt wir sind lediglich das unternehmen was dies ja das gebäude stemmt wo die mining hardware drinsteht und sich darum kümmert und so weiter du wirst aber trotzdem volle kontrolle über deine mining geräte haben und genau kannst ja auch den standort aussuchen sie haben mittlerweile auch kasachstan russland nebraska kanada als standorte und die kann man dann einfach buchen ist relativ teuer also wenn man bei denen mining hardware kauft kostet so ein essig gerät 8200 us dollar was allerdings muss man auch dazu sagen günstiger ist wie ein s 19 pro wenn man den gerade regulär kauft also hier kriegt man schon echten discount also 8200 dollar sind für ein s 19 pro miner eigentlich nicht viel also das muss man dazu sagen das ist eigentlich ein fairer preis die frage ist halt man sieht halt hier may also 30 mai online und april also das ist sogar relativ flott das ist wirklich wahnsinn die scheinbar hardware stehen zu haben die einfach direkt jetzt bald verfügbar wird und damit startet das ganze ganz wichtig viele sprechen auch mal von cloud mining also wir haben da mehrere cloud mining anbieter in der vergangenheit auch schon gehabt so was die hash flare und so die gehen dann hin und sagen dir na du kriegst hier nicht eine feste hardware sondern du gibst uns jetzt geld und verkaufen die hashrate wir haben hier hardware stehen und wir verkaufen die hashrate die diese hardware erzeugt an dich und diese cloud mining anbieter die hingegen sind fast immer betrug gewesen also ganz vorsichtig dabei das war wirklich da haben auch ganz viele youtuber wirklich youtuber die heute die alle kennt massiv werbung damals für gemacht und ja einfach nachträglich ihre videos jetzt offline genommen aber das hat schon wirklich ja das hat schon wirklich nach betrug gerochen ja so hash flare beispielsweise hat von heute auf morgen einfach alle verträge gecancelt und gesagt das war es jetzt mit allen verträgen und da ist wirklich fragwürdig ob die diese mining hardware im hintergrund tatsächlich aufgebaut haben und von daher in diesem fall kriegt ihr wirklich eigene hardware selbst benutzbar und so weiter also das ist eine andere nummer hier und ja was ebenfalls daran toll ist ist dass das mining dann tatsächlich erst mal in der hand von euch ist als privatperson und nur in der dienstleistung bei compass steht dass sie die infrastruktur stellen aber natürlich nicht im besitz eurer hardware sind ja ganz ganz wichtig genau also wirklich coole entwicklung und das zeigt so ein bisschen wohin der trend geht gerade weil jetzt die großen alle ins mining geschäft einsteigen also wir haben das ja auch mit marathon gesehen dass blackrock da mit drin ist lieber max schreibt es mo gleich hash flare ja ja genau ja da gab es noch andere da gab es noch andere hier wie heißt da crypto magazin und so ne wie ist er doch ich glaube wohl ja hier weibrecht und so ja die sind da alle mit dabei mo weibrecht solche leute ja gerade auch aber ist auch egal ja ich will ja auch nicht gegen andere youtuber schießen mir ist es am ende auch egal die sollen die sollen ihren kram machen wie sie es für richtig halten ich finde es nur kritisch ja also ich kritisiere halt dieses verhalten und stehe dem sehr sehr kritisch gegenüber halt und möchte auch einfach nur zur vorsicht raten dass ihr nicht auf solche dubiosen sachen reinfällt es gibt halt auch offizielle oder seriöse anbieter für sowas ja wir haben noch einen sehr interessanten punkt die ftp hat anfragen zu kryptowerten gestellt und bevor ich jetzt vortrage worum es hier geht weil das durchaus ein spannendes thema ist mir ist ganz wichtig dass wir hier jetzt keine kein politisches thema draus machen mir ist die ftp erstmal egal ja ich weiß dass der frank scheffer scheffler der ist absoluter krypto befürworter das finde ich auch alles gut aber ich möchte ganz klar sagen ich identifiziere mich überhaupt nicht mit der ftp also was heißt überhaupt nicht aber mit ganz vielen dingen gehe ich überhaupt auch nicht d'accord oder so deswegen es geht einfach nur darum die haben diese anfrage gestellt und ich finde die anfrage gut man sollte aber trotzdem nur weil mal was positives halt von evo kommt immer kritisch allen dingen gegenüberstehen ja also das möchte ich nur vorab sagen weil mir ist eins ganz wichtig dass dieser kanal nicht politisiert wird ja also das möchte ich auf gar keinen fall ja und genau nico schreibt er hat sich gerade die blocktrainer frisur gemacht hat kann ich mir auch mal in seinen kopf anzufassen ja ist gut ne genau also die ftp hat am letzten montag eine anfrage gestellt an die bundesregierung weil sich da ja einiges getan hat wir hatten ja über das thema gesprochen dass die spezialfonds in deutschland bis zu 20 prozent ihres anlagekapitals in kryptowährungen ablegen dürfen also anlegen dürfen und das sind dann also diese 20 prozent sind dann 1,2 billionen euro ich glaube gesamt verwalten die nämlich 5,6 billionen oder sowas ich guck mal gerade noch mal schnell bevor ich hier blödsinn rede ich sehe es gerade nicht ah nee 250 milliarden euro nee genau so war es 1,2 billionen euro verwalten sie insgesamt und genau davon die 20 prozent also knapp 250 milliarden euro könnten dann die spezialfonds in deutschland in kryptowährungen investieren und die ftp wollte jetzt mal anfragen wie viele jetzt tatsächlich in kryptowährungen investiert haben und ob es welche gibt die den rahmen von 20 prozent komplett ausgeschöpft hätten ja das ist durchaus spannend zu sehen ob diese dort investieren weil wir sprechen davon versicherungen pensionskassen und so weiter also wenn die sich entscheiden in kryptowährungen ihr geld abzulegen holy shit das ist mal ein krasses signal oder also wirklich wirklich große nummer in meinen augen ja weiter und das finde ich auch ein sehr spannendes thema möchte die ftp wissen wie viel kryptowährungen eingesammelt wurden in bezug geldwäsche und terrorismus finanzierungs schutz und so weiter und also es gibt ja ganz viele so kriminelle aktivitäten wo man dann sagt okay wir haben herausgefunden die person xy hat blödsinn gemacht und hat kryptowährungen zum beispiel als bezahlung angenommen wir haben die jetzt konfessiert und da hat die ftp jetzt gefragt wie viel da jetzt tatsächlich konfessiert wurde und wenn da was konfessiert wurde was jetzt mit den kryptowährungen gemacht wird ob die gehodelt oder verkauft werden ja auch spannendes thema finde ich da mal eine antwort darauf zu bekommen wie die bundesregierung mit den konfessierten kryptowährungen umgeht ja also wirklich spannend ernste frage schreibt stefan gerade im chat weiß jemand wo es lieferbare essigminer gibt also welche die ich mir als hardware liefern lassen kann muss mal gucken ich glaube momentan ist eng gebraucht und dann sind die sehr sehr teuer ja eine weitere sehr spannende frage ist ja welche maßnahmen bezüglich also wir haben das thema ja letztens schon gehabt ja und dazu noch mal ganz wichtig also die ftp hat jetzt gefragt hey bundesregierung welche maßnahmen plant ihr zur terrorismusbekämpfung und geldwäsche bekämpfung in bezug auf kryptowährte also kryptowährungen im allgemeinen ja dieses ganze thema werden jetzt private wallets verboten und so wir haben das in den letzten wochen mehrfach gehabt und ich habe dazu mal was einem video gesagt eine ziemlich drastische ziemlich drastischen warnenweis gegeben ja ich habe ich wiederhole das nur ganz schnell weil wir jetzt gleich auf fabio de masi kommen das ist nämlich mehrere ein anliegen damit ihr bescheid wisst worum es geht ich habe gesagt dass damals im zweiten weltkrieg hatte amsterdam sich gefeiert für das modernste bevölkerungsregister der welt ja also es gab kein bevölkerungsregister was moderner war wie das in amsterdam und dort waren auch konfessionen und auch konfessionen deines stammbaums also deine großeltern und so alles vorhanden ja und als dann natürlich die nationalsozialisten in amsterdam eingewandert sind haben sie sich diese listen zunutze gemacht und auch die leute geholt die vielleicht mittlerweile gar nicht mehr jüdisch waren und so und haben die halt alle deportiert ja ganz grausame ganz grausamer vorfall und das ist natürlich und ich weiß das mega drastischer vorfall das ist ein extrem beispiel das sollte aber verdeutlichen wie gefährlich es ist wenn von zentraler instanz gewisse persönliche daten erhoben werden das sollte ein ein beispiel sein wo wir aus unserer vergangenheit lernen können was super gefährlich ist ein fehler der damals gemacht wurde den wir nicht wiederholen dürfen wir können uns natürlich feiern dass wir sämtliche daten erfassen und das ist dann super toll an in dem moment weil wir mit diesen daten alle möglichen sachen anstellen können die erstmal positiv sind das birgt aber immer gefahren und wenn ihr heute denkt hey ich habe doch nichts zu verlieren ich habe doch nichts geheim zu halten ja ich brauche keine privatsphäre weil ich mache doch gar nichts illegales dann kann es trotzdem gefährlich sein wenn euer heutiges verhalten nämlich irgendwann mal in zukunft illegal wird oder wenn jemand an die macht kommt der euer verhalten für illegal deklariert ja wenn er sagt hey du hast immer grüne pullover gekauft das sehe ich hier in den erhobenen geldwäschedaten der bundesregierung und alle menschen mit grünen pullovern die werde ich jetzt politisch verfolgen das finde ich gefährlich diese diese möglichkeit steht im raum und ich möchte damit nicht sagen dass nicht die bundesregierung irgendwie versuchen soll natürlich geldwäsche und terrorismusfinanzierung zu bekämpfen das soll sie tun aber nicht auf kosten unserer privatsphäre privatsphäre ist ein eins der höchsten güter die wir als menschen haben sollten und das ist sehr 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 gefährlich fabio de masi hat dann unterstellt dass sich geschmacklose vergleiche machen würde dabei habe ich ja eigentlich nur versucht hier zu warnen er hat dann auch von einigen leuten auf twitter da einige hinweise bekommen und jetzt haben wir eine parteikollegin von ihm die nämlich heute die vorgestern vorgestern war es glaube ich folgendes gepostet hat gestern war es taliban in afghanistan erbeuten biometrische geräte des us militärs mit möglichen zugang zu großen datenbanken mit biometrischen daten von afghanen einschließlich helferinnen und helfern des militärs diplomatischen dienstes verstehen sie jetzt alle warum derartige datenbanken gefährlich sind herr de masi wenn sie dieses video schauen verstehen sie warum diese datenerhebung gefährlich sind wollen sie mir wirklich weismachen weil ich habe das dann gepostet ja ich habe herrn de masi hier auf twitter angesprochen und ihn gefragt ob er es jetzt versteht und jetzt sagt er jetzt müssen jetzt die afghanen dafür herhalten dass sie die geldwäsche bekämpfung der eu-kommission mit shoah gleichgesetzt gesetzt haben kein guter stil ja moment mal die daten die hier erfasst wurden vom militär waren ja auch nicht dafür da um diese grausamen dinge zu tun ja er ignoriert seine die die das was seine parteikollegin dort sagt das ignoriert er komplett das ignoriert und unterstellt mir einen schlechten stil ihr müsst einfach überlegen das große problem was ich hier sehe ist diese leute auch wenn er bald nicht mehr im bundestag sitzt gott sei dank sag ich mittlerweile diese leute die definieren ja unsere gesetze ich finde das gefährlich und er sagt hier nichts anderes als mir ist das egal dass das möglich mit euren daten ist aber ich will totalitär durchsetzen dass keine geldwäsche mehr möglich ist weil ich genau weiß was er macht ja ach so die ist nicht fraktionskollegin okay schuldigung 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 anke die ist nicht fraktionskollegin nicht parteikollegin okay dann tut mir das leid user aber wie dem auch sei was was wer war das denn irgendwer meinte dass die publizisten netzaktivitäten für die linke doch ach so sie ja okay sie ist sie ist nicht in der partei sie arbeitet scheinbar aber der linken zu ja also auf jeden fall steht sie im bezug zur linken ja okay schuldigung ja nur um das klarzustellen ja aber ich finde das einfach auch hier so spannend und ihr seht das ne 376 likes und er kriegt hier seine acht likes und 38 antworten die ihm klar machen wollen hey pass mal auf du bist hier nur noch auf einer persönlichen ebene und das war sehr spannend denn ich war beim handelsblatt im gespräch mit dem herrn fabio de masi und dem julian hosp sehr sehr spannender talk könnt ihr euch gerne mal anhören und es war wirklich also was die leute später gesagt haben war einfach nur roman hut ab wie ruhig du geblieben bist ich habe zwischendurch wirklich aggressionen bekommen ja der herr de masi der geht die ganze zeit auf eine persönliche ebene die ganze zeit ja die die marianne musste ihn schon die marianne abdalaziz musste ihn hin und wieder immer bremsen und sagen hey hier stopp keinen persönlichen angriff und so er konnte es nicht lassen und er ist nicht bereit rationale argumente anzuhören er möchte nur noch seine position verteidigen und das kann auch wie wir hier sehen mit komplett irrationalen blödsinn sein also wirklich wirklich gruselig ja und das ist das was ich im moment immer wieder sehr die kritik gegen bitcoin kommt gerade von solchen leuten es gibt natürlich auch kritik von anderen leuten keine frage aber gerade die kritik aus der politik bezüglich zu bitcoin ist a völlig ahnungslos und b komplett überheblich und möchte manchmal einfach nur nicht von ihrer position weichen und c habe ich den eindruck sie hat auch teilweise ein bisschen angst vor dem machtverlust ja der vielleicht mit einem bitcoin einhergeht wobei ich das überhaupt nicht sehe ich glaube dass die politiker die pro bitcoin sind eigentlich davon sehr sehr profitieren von bitcoin ja also ich glaube wirklich dass bitcoin für die politik die wir haben ein super werkzeug sein kann um das was wir gerade mit unserem geldsystem an problemen schaffen lösungen auf bitcoin zu bauen ich meine das ernst ja ich meine wirklich dass die parteien die sich dahingehend orientieren und sagen wir können bitcoin als nachhaltigen wertespeichern nutzen die erneuerbare energien fördern und so weiter dass da wirklich politisch was bewegt werden kann und wirklich was aufgefangen werden kann was gerade kaputt gemacht wird in unserem system ja und ich finde es einfach nur gruselig dass ein fabio demasi das so massiv ignoriert und ich habe ich habe hier im interview mir noch gedacht ich habe mir wirklich gedacht wenn der mir einmal nur zuhören würde und einmal wirklich auf meine argumente eingehen würde statt ständig ad hominem gegen mich in persona zu schießen da habe ich mir wirklich gedacht wenn er mich zuhören würde würde er wahrscheinlich am ende da sitzen und sich denken boah bitcoin ist echt eine geile erfindung aber es geht nicht er möchte nicht zuhören ja und das ist wirklich traurig von daher ja schade einfach nur schade an der stelle ja und ich würde mir wünschen dass er zuhört wirklich okay das dazu dann haben wir noch das thema also handelsblatt einfach mal reinhören ja war war auf jeden fall ein sehr spannender talk und danke auch nochmal an die marianne für die einladung super moderiert fand ich das ganze sehr sehr spannend und ich fand das auch gut also für viele leute die neu sind die wissen es nicht aber zum beispiel auch hier ohne jetzt gegen den nächsten zu schießen aber julian hosp hat eine sehr sehr fragwürdige vergangenheit mehrere sehr dubiose geschäftsmodelle und wo er auch sein geld mitgemacht hat und auch sein aktuelles projekt kritisiere ich stark auf technischer basis auch nicht persönlich sondern technisch da es sehr zentralisiert ist und der was anderes suggeriert also ganz wichtig viele sagen immer ja ich verstehe nicht was du gegen julian hast er ist doch team bitcoin nein ist er nicht ja ganz ganz wichtig julian ist team julian ja und das ist das große problem also nur damit ihr da bescheid wisst aber hört einfach selber rein ich fand das war trotzdem ein sehr gutes gespräch sehr rational geführt von der mary ja und einfach mal reinhören dann zu dem thema fdp mit der ganzen besteuerung der kryptowerte weil das war ja gerade nur ein kleiner exkurs wir müssen ja noch weitermachen hat sich ja jetzt bei bitcoin einiges verändert denn bitcoin ist mittlerweile oder wird jetzt ein gesetzliches zahlungsmittel in el salvador sein so und aktuell ist ja die besteuerung bei kryptowährten oder kryptowährungen im allgemeinen so ihr kauft die lasst die ein jahr lang liegen dann sind sie danach steuerfrei was einfach dem geschuldet ist dass wenn ihr jetzt zum beispiel ein spekulationsgut kauft da eine spekulationsfrist drauf ist von diesem jahr und danach ist es steuerfrei also das heißt wenn ihr einen gewinn macht steuerfrei ja und dann gibt es da ganz viele nuancen so sachen wie hey wenn du jetzt aber bitcoin kaufst ein halbes jahr liegen lässt dann ethereum kaufst dann fällt eine steuer an auch wenn es ein kryptowährung zu kryptowährungs trade ist und solche geschichten ich bin aber ganz wichtig kein steuerberater ich darf auch gar keine steuerberatung geben tue ich auch nicht aber eins ist ganz wichtig es könnte sich an diesem haltungsfristthema was ändern denn wenn bitcoin in el salvador zum gesetzlichen zahlungsmittel wird ist bitcoin plötzlich eine fremdwährung und wenn bitcoin eine fremdwährung ist dann gelten natürlich die steuerlichen bedingungen für bitcoin wie für fremdwährungen zumindest sollte es so sein und dann ist die große frage ob wir überhaupt bei bitcoin speziell bei bitcoin noch von einer kryptowährung oder kryptowährten sprechen oder von einer allgemeinen fremdwährung das ist sehr spannend und das findet die ftp auch spannend und hat deswegen hat deswegen bei der bundesregierung genau das angefragt coole frage by the way habe ich sehr gefeiert ja absolut eine nächste richtig coole frage ist eigentlich diese hier und zwar mining ich habe euch das ja schon mal ein paar mal erklärt mining ist ja eigentlich nur ein glücksspiel du hast hashrate das heißt du hast die chance pro sekunde also bei 100 terahashes zum beispiel in so einem essig 19 pro miner die wir vorhin gesehen haben durchsucht dieses gerät oder dieses gerät erstellt wenn man so möchte pro sekunde 100 trillionen blöcke erstellt die und haste die das heißt eigentlich der nimmt halt zum block hat einen header mit allen möglichen informationen und transaktionen drin die sortiert er immer um und jedes mal wenn er die umsortiert hat hat dann block fertig und macht daraus einen hash und dieser hash ist später den kannst du dann später prüfen ob der ein gültiger hash ist oder nicht und so findet jedes dieser geräte 100 trillionen dieser blöcke und damit auch hashes die sekunde und je mehr teilnehmer hashes die sekunde finden desto geringer ist die chance dass man einen gültigen block findet und alle teilnehmer der welt zusammen die alle 100 trillionen hashes die sekunde finden also nicht alle nur die ganz modernen die älteren finden nur eine trilion nur eine trilion die sekunde aber alle geräte weltweit zusammen finden halt so immer im durchschnitt nur alle zehn minuten einen block ja das ist einfach diese difficulty die passt sich immer an es ist aber am ende ein glücksspiel es ist ein glücksspiel ob du einen block findest oder nicht es ist ein glücksspiel und mining pools sind sowas wie eine lotterie wo man hingeht und sagt hey wir zusammen mit zehn leuten kaufen jetzt ein haufen lose und jeder kriegt wenn wir einen gewinn dabei haben prozentual das ab was er prozentual zu den losen dazu getan hat ja mining ist nichts anderes als glücksspiel als eine lotterie und die frage ich lese es mal vor jetzt nämlich im bezug auf die steuern hierbei beabsichtigt die bundesregierung die tätigkeit der teilnahme an einem reinem glücksspiel wie zum beispiel lotto oder roulette durch einen einzelsteuerpflichtigen beziehungsweise als teilnehmer eines tippgemeinschaft ebenso in abhängigkeit vom einsatz der investierten finanziellen mittel und eingesetzten technik als gewerbliche einkünfte oder sonstige einkünfte zu besteuern weil wenn ja ab wann und b wenn nein wo liegt aus sicht der bundesregierung der steuerliche relevante unterschied zum tippen bei mining per proof of work und das ist eine super gute frage wo liegt der unterschied wenn man an dieser stelle ja wirklich eigentlich sagen muss hey wenn du jetzt lotto spielst ist es nichts anderes als würdest du mining betreiben und wenn du lotto spielst und einen computer hast der dir pro sekunde ein paar lotto scheine ausfüllt ab wann oder wo wird das mit dem mining bei bitcoin gleichgesetzt sehr lustig oder super spannende frage ganz toll von der ftp und ja es gibt noch keine konkreten antworten wenn es welche gibt findet ihr natürlich auf blogtrainer.de und jetzt haben wir gerade über das ganze steuerthema gesprochen und ich weiß steuern sind heftig und das ist auch durchaus schwierig deswegen nochmal für euch cointracking ist das tool was ich zu 100 prozent euch empfehlen kann um eure steuern zu machen was euch ausrechnet ab wann kryptowährungen steuerfrei sind und so weiter cointracking ist mit abstand der größte anbieter hat die meisten import funktionen und so weiter und so fort ich habe da auch ein video zu gemacht mit anleitung wenn ihr unseren link benutzen solltet unterstützt ihr unsere arbeit ist aber auch besonder trades erstmal kostenlos und wenn ihr euch dann doch für ein paket entscheidet und unseren link benutzt habt kriegt ihr sogar 10 prozent rabatt top einfach absolute empfehlung obwohl wir gerade bei empfehlungen sind die bitbox lässt sich jetzt in deutschland verschicken schiff crypto verschickt die jetzt innerhalb von deutschland das heißt nur noch 4,90 versandkosten statt boah was waren das vorher aus der schweiz 30 oder so keine ahnung auf jeden fall 4 oder 15 genau ist jetzt aus deutschland verschickbar auch absolute empfehlung und ebenfalls links link in der video beschreibung bitbox die hardware wallet die auch ich selber benutze und mittlerweile würde ich sagen ja die sicherste hardware wallet die wir da draußen haben oder allgemein eine der sichersten wenn ich die sicherste wallet ähm der erde im moment für bitcoin ja so und jetzt gehen wir auf die spenden ein ähm vielen dank schon mal für die spenden sandy lee danke für deine 5 euro danke mal wieder für deine großartigen beiträge by the way du warst der hammer in dem handelsblatt podcast chapeau blog trainer mit alu for president dankeschön sandy lee vielen vielen dank für dein lob ja wie ein brawl stars danke für deine spende kannst du mal ein video über stable coins machen zum beispiel welches am sichersten ist btc ist unendlich mal sicherer ich weiß kaufe damit btc ähm also stable coins im allgemeinen haben eigentlich für uns hier kaum einen vorteil eigentlich gar keinen vorteil weil das große problem ist dass du sowieso eins zu eins ja nur den dollarkurs abbildest das heißt du könntest auch an den börsen einfach dein geld parken die meisten börsen haben mittlerweile möglichkeiten euro einzuzahlen also eigentlich kein problem ähm eigentlich sind alle stable coins gleich unsicher weil sie alle irgendwo zentrale punkt haben beispielsweise selbst die der ja quasi auf ethereum läuft und danach ausgegeben wird wie gerade ähm also du hinterlegst quasi ethereum und bekommst die raus und dann gibt es auch so eine liquiditätsgrenze und so weiter und so fort ähm der wird ja trotzdem zentral entwickelt ja also dementsprechend eigentlich sind alle stable coins gleich unsicher ich würde auch vom trading erstmal abraten ja also wirklich sehr sehr gefährlich gerade im crypto bereich mit haltefristen und so kann man sich da schnell mal im bock schießen und gerade wenn es um die steuern geht nämlich anders als der fabio de masi im handelsblatt podcast nämlich behauptet hat stifte ich hier nicht stifte ich hier nicht zur ähm stifte ich hier nicht zur steuer hinterziehung an ganz im gegenteil ähm wir haben hier gesetze und dann die müssen uns alle halten coin tracking absolutes tool dafür aber wenn du wirklich dann anfängst trading zu machen dann musst du wirklich viele trades versteuern dann werden auch die tools dafür teuer ja also gerade in dem professionellen bereich ähm vorsicht sein ja nico danke für deine spende lieber miko nico ähm patrick prager zwei euro danke roman gerne lieber patrick vielen vielen dank für deine spende auch ähm was haben wir da noch den weko danke für deine riesen spende lieber weko hab von der youtube ja 2021 erfahren ist ja von jakob äh botem äh ins leben gerufen worden wäre eine tolle möglichkeit wenn du dabei äh sein könntest und jakobs äh aussagen über btc richtigstellen könntest oh ja ganz wichtig jakob von breaking lab hat ja ein video gemacht mit aussagen über bitcoin die nicht so gestimmt haben hat dann gesagt hey ich bin gerade im urlaub ich prüfe das nochmal und hat auch auf instagram gesagt dass er sich auf den austausch mit mir freut er hat sich aber noch nicht gemeldet ähm ohne jetzt hier druck auszulösen also erstmal ich feiere halt jakobs content eigentlich ja und von daher freue ich mich tierisch über diese bereitschaft und vor allem tierisch darüber dass er gesagt hat oh ich glaube wir haben ja blödsinn geredet wir nehmen das video offline das heißt was weil überlegt mal wie viele professoren ich in der vergangenheit jetzt gesprochen habe die felsenfest bei ihrer falsch behauptung geblieben sind obwohl man ihnen fakten dahin legt und sagt so ist es nicht hier sind beweise ja universitäten wie cambridge university of cambridge haben gegen beweise gegen das was sie sagen nein ist nicht so nein ich habe recht ja und diese professoren ähm die waren nicht so also die hatten nicht so viele ähm äh so viel charakter zu sagen okay äh ich gucke es mir nochmal an ja ich habe ja falsch gelegen und der jakob von breaking lab hat das getan von daher also äh nur um jetzt hier einen freundlichen äh druck nochmal auszulösen schreibt ihm nochmal er soll mich gerne bitte kontaktieren ich würde mich wirklich gerne mit ihm unterhalten und freue mich ihn kennenzulernen ja ist ein super lieber kerl auf jeden fall und ja mega cool dass er das gemacht hat also sich das jetzt noch mal in ruhe anguckt last m wenn bein ins pleite geht ist dann mein trust wallet sicher trust wallet ist ja auch von bein ins keys habe ich ja sollte dann transaktionen möglich sein klar cold wallet besser habe ich auch das m also ähm da kommen wir zum nächsten youtuber heute machen wir einfach mal youtuber rant dieser hoss oder wie auch immer der heißt also h-o-s-s ähm der ist mir jetzt äh ein paar mal zugeschickt worden und das was er macht finde ich höchst dubios ja also erstmal übelzer trading dude ähm und nichts allgemein gegen trading aber das macht steuerlich in deutschland quasi keinen sinn es ist wirklich so kein blödsinn äh geht einfach mal bei cointracking hin ähm meldet euch mal kostenlos an gebt einfach mal sachen ein ihr würdet traden beispielsweise und stellt mal fest was dann passiert also es macht mit steuerlicher regulierung in deutschland fast keinen sinn und ist übelst gefährlich und diese leute verdienen wirklich arschfell geld und ich meine das ernst wenn ich hebel trading oder so empfehlen würde ich würde ich meine das ernst leute ich würde locker in so phasen wie dieser bull run phase anfang 2020 da würde ich 500.000 euro monat mit verdienen kein scheiß kein scheiß ich habe ganz ganz am anfang von meinem youtube-kanal einmal ein video gehabt wo ich so einen link drunter hatte 20 leute haben sich angemeldet ich habe das video rausgenommen den link offline genommen mit 20 leuten habe ich damals 1000 euro monat verdient an deren gebühren weil hebel trading so viele gebühren raushaut mit 20 leuten ich würde heute locker 2008 wahrscheinlich eher fünf bis zehntausend leute auf so eine plattform bringen rechnet das mal hoch das ist gestört und diese leute verdienen schweine viel geld damit und erzählen euch einen vom pferd das glaubt ihr gar nicht so und die gehen hin und erzählen ja hier bei beiden haben jetzt heute gekündigt die sind wahrscheinlich pleite aus genau folgendem grund dass ihr euch bei der nächsten plattform anmeldet und deren rafflings benutzt wo es nämlich genau derartige kommissionen gibt es ist halt wirklich ich weiß dass ich weiß wenn man da draußen vor dem bildschirm sitzt checkt man diese sachen nicht ich weiß dass man da sitzt und es einfach nicht begreift wie dieses game hier im hintergrund läuft und vielleicht deswegen auch nicht begreift was wir hier gerade tun dass wir als blog trainer auf diese ganzen dinge bewusst verzichten um eben nicht angreifbar zu sein wie der fabio de masi es trotzdem tut beim handelsblatt und sagt ja hier du finanzierst ja mit reflinks ja kollege mit reflinks die wir zu 100 prozent sachen die wir selber benutzen sachen für die wir unsere hand ins feuer legen weil es einfach nur gute produkte sind und das was da aber passiert das ist genau der große schrott vor dem wir euch warnen möchten vor dem wir schützen möchten und wo wir auch nicht sagen ja weil weil das ja weil ihr euch ja eh anmeldet dann könnt ihr auch unseren link benutzen ja das könnten wir tun mit so einem mindset daran zu gehen machen wir nicht wir verzichten darauf wir verzichten auf das geld und diese youtuber die das nicht tun die wollen eure kohle es geht denen nicht darum euch das coole trading beizubringen und das nächste krasse signal und die nächste krasse inside info es geht darum dass beim hebeltrading geisteskrank hohe gebühren verdient werden und da ist es völlig egal ob ihr gewinnt oder verliert gerade beim verlust wenn ihr hoch hebelt ja wenn ihr hohes risiko eingeht verdienen diese leute extrem viel geld finger von lassen lasst die finger davon mehr kann ich euch nicht sagen ich wollte es nur sagen so und jetzt zu beinen zum pleite gehen ja beinen ist ein unternehmen was höchst dubios angefangen ist und ich weiß dass die aber sich immer regulatorische saubere aufstellen vielleicht ist das auch ein grund dass da leute gerade gehen gegangen werden ich weiß es nicht aber eins ist klar wir sollten hier nicht hingehen und mit halbwahrheiten gegen ein unternehmen schießen von dem wir nicht wissen was da gerade vorgeht oder ob da was vorgeht in dieser richtung ja das möchte ich einfach nur sagen und wenn du angst haben muss dass wenn ein unternehmen pleite geht deine wallet mit untergeht dann ist deine angst berechtigt dann hol dir eine gescheite wallet ja punkt ende aus okay kommen wir zur nächsten frage ich hoffe die antwort war ausreichend kommen wir zur nächsten frage detlef klaus danke für deine riesen spende vielen vielen dank lieber detlef roadrunner und koyote vielen dank lieber roadrunner für deine riesen spende auch liebe grüße an die lightning gruppe und lass dich nicht ärgern roman wir bewegen uns auf sehr interessante zeiten zu ja sehe ich auch roadrunner alleine dass das lightning netzwerk sich so massiv gut entwickelt wirklich exponentielle entwicklung wir haben an dem an dem event hier bitcoin-zentatelle hat der holger rom der vom blockchain center den kennt ihr der andere mit den ganz kurzen haren der hat einen quiz am abend gemacht und hat in diesem quiz das exponentielle wachstum von lightning mit drin gehabt und das ist unnormal wie schnell dieses netzwerk wächst ich glaube da kann sich noch der eine oder andere ich sage es ganz bewusst shitcoin warm einpacken ja weil lightning einfach den gesamten use case übernimmt und ohne dass man irgendeinen shitcoin von irgendeinem zentralen entwicklungsteam kaufen muss um diesen use case zu haben habe ich sowieso irgendwie ja verstehe ich nicht ja lass mir ran denn sie will ja schmerzensgeld für den psychoterror von dem matzi dankeschön lass mir ran da für das schmerzensgeld ja vielen vielen dank nike nike ist danke für deine spende wie immer ohne frage dankeschön für die unterstützung lieber nike ja tausend dank good times danke für deine spende wären steuern auf solana oder staking fällig ich habe dazu ein video gemacht mit dem dominik freber der steuerberater der darf euch solche sachen beantworten ich darf das nicht bitte stellt mir diese fragen nicht ich darf euch nicht beraten ja alles was ich sage zu steuerberatung oder so oder zu steuern im allgemeinen kann ist und muss falsch sein bitte mit dem steuerberater abklären dominik freber in meinem interview ist einer seine aussagen sind valide die einfach anhören dazu ja einfach mal so danke family office grogu vielen vielen dank für deine spende er tausend dank ja schoko 1960 wieso will microsoft mit eth blockchain arbeiten also am schoko ich glaube dass bei microsoft also du musst das microsoft als unternehmen ist ein eigenes ökosystem da gibt es verschiedenste leute da gibt es zum beispiel den daniel buckner oder backner der sagt hey diese ganzen shit coins sind alle nicht sicher wir machen 100 prozent bitcoin microsoft iron läuft auf bitcoin und dann gibt es dann vielleicht irgendein anderes entwicklungsteam und da ist einer der es halt noch nicht so ganz gecheckt hat und der geht hin und macht bei azure dann irgendwas mit ethereum oder so und dann kommt vielleicht der nächste macht was mit cardano und der nächste mal was mit polkadot ich glaube nicht dass du eine allgemeine aussage als unternehmensstellung so sehen kannst ja diese unternehmen sind viel zu groß die haben die sind so groß dass der eine nicht mehr weiß was der andere macht ja das sind teilweise die unternehmen sind teilweise so groß dass die quasi untereinander ja komplette konkurrenzkämpfe innerhalb der teams führen und so fragt euch mal gerne mal recherchieren warum bei apple siri so eine vollkatastrophe ist und das obwohl apple als allererstes unternehmen mit so einem mit so einer sprachunterstützung gestartet ist weil sie verschiedene teams eingekauft haben die sich innerhalb des unternehmens angefangen haben zu konkurrieren ja von daher ja da gibt es keine rationalerklärung denke ich in diesem sinne ja katzemaff danke für deine spende danke für deinen informativen beitrag bin ich eigentlich der einzige der auf das explodierende kopf t shirt wartet und wird schon daran gearbeitet ich werde das mal weitergeben an unseren designer dass der explodierendes kopf t shirt macht von mir wie ich so mache oder irgendwie anders ihr könnt ja mal wünsche äußern ja gerne gerne einfach mal wünsche äußern genau lars m ja klar ich mache kein hebeltrading dennoch danke für den hinweis ja super lars also ganz wichtig lars noch mal an dieser stelle ja es gibt gute gründe warum ich euch von software wallets abrate zum beispiel bei der trust wallet ich weiß nicht also jetzt komplett unreflektiert ja weil ich habe ich kann mal hier ganz schnell google anwerfen und schauen ob ich irgendwas finde dazu also die trust wallet laut github wenn das die gleiche ist ist open source das ist schon mal positiv ja aber mit tausenden blockchain anbindungen sonst was viel code base also keine ahnung ich rate von sowas eher ab ja ich bin ganz klarer verfechter von der hardware wallet wo du nur wenn du im besitz dieses gerätes bis und das passwort eingegeben hast und die transaktion bestätigst erst dann auch wirklich eine transaktion im netzwerk passiert ja vorher nicht keine chance wollte einfach mal wieder für deinen euren content bedanken und dass ihr nicht euren arsch verkauft stichwort have a raffling stable trading danke danke manuel brunner brunner vielen vielen dank für deine unterstützung ja weiß ich sehr zu schätzen bei t flower sagt blocktrain letzte woche auf fünf dedizierten servern lightning notes aufgesetzt nice sehr sehr gut ja sehr sehr gut okay gut time sagte danke mein steuerberater hat null plan von krypto das ist nicht so schön unser steuerberater tatsächlich sehr viel plan von krypto und ich überlege gerade ob also ich weiß halt nicht wie das läuft wenn der in einer anderen stadt sitzt und so aber ich werde den mal ansprechen vielleicht kann ich da mal eine empfehlung dann geben aber allgemein müsst ihr das so sehen dass wenn ihr dass wenn ihr einen steuerberater nicht zur hand habt mit cointracking erstmal gut bedient seid also selbst wenn zum beispiel buhl media hier das steuersparbuch hat dass diese software buhl media hat sogar ein import button für cointracking also es ist wirklich eine absolute empfehlung hier lord warringham ein video über bisk wäre toll open source also da gibt es ein problem ja wir haben ja über bisk was auf unserer seite einfach mal hier suchen genau bisk dezentrale p2p exchange und da könnt ihr euch gerne mal einlesen ja dass also bis bisk bisk ist eine mega gute plattform ja so viel sei gesagt bisk ist eine möglichkeit halt mehr oder weniger anonym bitcoin zu kaufen weil das einfach nur über diesen dezentralen service läuft dass der sagt hey du willst bitcoin kaufen jemand anders will verkaufen dann wird bei einer person wird eine invoice für bankdaten erstellt mit einem verwendungszweck der kryptisch ist und der andere muss bitcoin verschicken und damit da kein betrug passiert musst du eine bitcoin sicherheit hinterlegen und so und jetzt kommen wir zum großen problem das ist ein relativ komplizierter service der nichts für anfänger ist ist bisk leider wirklich nicht und es gibt halt communities da bist du gut aufgehoben und da wird dir sowas erklärt und auch bei uns natürlich im forum oder auf der homepage in meinen videos kann ich das nicht tun wir haben das letztens gehabt ja mal um euch ein bisschen aus der makro ebene blog trainer mal was zu erzählen wenn du youtube videos machst und nicht aufpasst wie du deine videos produzierst dann stirbt dein kanal die unter deinen füßen weg ist wirklich grausam ja ist wirklich grausam also ihr kennt die meisten sollten wahrscheinlich andreas antonopoulos kennen ja andreas antonopoulos einer der frühsten bitcoin youtuber und so macht auch ein bisschen ethereum und so und andere sachen 279.000 abonnenten ja internationaler channel und mit die frühsten konferenzen gehalten und so weiter also wirklich wirklich groß und wenn wir uns mal seinen kanal angucken und mal hier die video aufrufe anschauen okay das sind die premiere dinge aber schauen wir mal hier wirklich die videos durch dann guckt euch mal die aufrufe ja an ja der kanal ist rekt der kanal ist rekt und dann reas hat richtig plan wovon er redet richtig plan ja 279.000 abonnenten rekt ja kaum aufrufe ja und das ist ein riesenproblem den kanal wieder aus aus diesem tief zu holen ist fast genauso viel aber wie neuen kanal aufzubauen grausam ja ich wirklich heftig und ich zeige euch jetzt noch ein beispiel wir haben nämlich letztens ein video gemacht wo es darum ging den leuten zu erklären wie sie ihre nachricht signieren mit ihrer hardware wallet ja und wenn ihr mal hier schaut hier meine videos mal abgesehen von den zitadellen videos die natürlich auch wieder relativ schlecht liefen weil das content war den ihr schon gesehen habt aber schauen wir mal einmal wo war das denn jetzt hier ja 11.000 aufrufe ja und guckt mal hier im vergleich die ganzen anderen videos in dieser zeit ja und ich muss aufpassen ja das sind solche deep dive videos da schalten die meisten leute ab die sagen einfach bonnet das ist mir zu heftig da bin ich raus und ich habe so viele neue leute hier auf youtube dabei für die ist das zu hoch und ich rasiere meinen eigenen kanal mit derartigen themen ja die themen müssen die breite masse ansprechen je größer dieser kanal wird desto mehr muss ich content für die breite masse machen desto einfacher muss ich diese dinge runterbrechen und mir ist ja trotzdem wichtig euch die bildung zu geben in meinem letzten live stream habe ich euch mal eben erklärt wie wirklich kryptografisch der private key der public key benutzt wird wie der public key dann zweimal gehashed wird und später zu dem base 58 gecodeten adresse wird das sind aber inhalte die kann ich in meine live streams einstreuen in denen es eigentlich um themen geht die halt mehr für die masse sind ja und das ist wirklich schwierig da beißt sich die katze in den schwanz das ist auch genau der grund warum wir weitere kanäle starten wie mit debbys kanal wo wir die absoluten anfänger videos behandeln weil sonst so ein kanal irgendwann regt es ja das ist super gefährlich wirklich ein heftiges thema und wir bezahlen zig leute mit unserem content wir müssen aufpassen dass der kanal läuft sonst muss ich meine mitarbeiter entlassen dann ist die qualität weg und so weiter ja dann ist man in so einer abwärtsspirale ich kann kein video zu bisk machen ja das ist content der ist für die breite masse nicht nutzbar ja du musst erst mal bitcoin überhaupt besitzen du muss das ist auch der grund warum ich viele bitcoin services gar nicht erst zeigen kann wenn das schon erfordert dass du eine eigene hardware wallet hast bevor du überhaupt deinen ersten kauf tätigen kannst und solche sachen das ist wirklich aus einer makro ebene muss man so viele dinge berücksichtigen das ist nicht so easy ja und ich weiß von außen sieht man das erstmal nicht aber wir haben zu diesen sachen inhalte auf unserer homepage genau deswegen haben wir die homepage und da werden auch immer wieder derartige inhalte und auch anleitung kommen weil da können wir das bringen die auf youtube ist das zu nischig ja ganz wichtig ja felix hahn danke für deine spende lieber felix was ist grün und ist für den marsi nicht relevant für ein schnelleres bitcoin netzwerk also schneller wird das ja nicht meinst du ein stärkeres bitcoin netzwerk also wahrscheinlich erneuerbare energien ja wenn ich es richtig verstehe ah ah nee nee oh oh felix hahn gut gut jetzt weiß ich was du meinst weißt du das hier oder ist sie da ist sie not felix hahn danke für die spende und und für das gute rätsel die not rauszuholen warum aber sagst du so dogecoin und vitalik was haben die beiden mit miteinander zu tun keine ahnung ja vitalik heutzutage über 60 prozent ethereum pre mine gewesen finde ich nicht seriös dogecoin kein eigenes netzwerk oder keine eigene netzwerk sicherheit wenn man so will ist an die sicherheit von litecoin gekoppelt ist auch nicht seriös ja alles blödsinn ja wie sieht eigentlich so eine fullnote aus ja dankeschön manfred ich zeig sie noch mal so sieht so eine fullnote aus da sind übrigens alle bitcoin drauf gespeichert die es gibt ja alle 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 thomas bernhard video über l2 und channel factories wäre super ja l2 ist ja so ein thema das bib ist zwar in besprechung aber ist ja nicht da also auch das wäre was ich habe ja zu l2 schon mal was gemacht im bezug auf die space chains damals einfach mal bei youtube schauen da habe ich l2 schon mal so rudimentär erklärt wenn l2 kommen sollte mache ich dazu noch mal ein umfangreiches video auf jeden fall bediener schütz danke für die kanal mitgliedschaft vielen vielen dank ja wie viele aufrufe hast du mit videos mit allen videos am tag ja so irgendwas zwischen also es kommt darauf an ob ich jetzt gerade produziert habe also wenn ich ein aktuelles video habe dann so 45.000 bis 50.000 schätze ich irgendwie sowas in dem um den dreh zweite aufrufe sind von mir sehr gut so markus markus danke für deine spende 21 21 tolle zahlen vielen vielen dank für die spende habt ihr interview auf spotify gehört du warst der hammer danke für deine ehrliche und authentische art oh markus vielen dank für deine spende und gerne doch gerne 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 ja absolut roman ziehst du in der wegung einen pro kanal zu erstellen nee family ganz ehrlich schau mal weißt du das ist das große problem ich glaube halt also wir könnten natürlich hingehen und sagen so wir machen jetzt eine blog trainer pro gruppe oder pro kanal oder so wo wir exklusiven content für die leute machen die halt mitgliedschaft bezahlen was weiß ich dann 50 euro im monat oder sowas oder so ganz überzogen wie manche andere 120 euro oder 20 euro oder fünf euro im monat ganz egal und ja das wäre eine mega einnahmequelle das ist eine der einfachsten einnahmequellen ehrlich weil ich bin mir sicher da würden sich tausende anmelden ja und wenn du 20 euro im monat von 1000 leuten bekommst hast du 20 tausend euro ja vorabzug der steuer ich kann mich nicht überwinden das zu tun wirklich nicht ich finde das ist so shady ich wüsste nicht was für inhalte ich dort machen soll die andere nicht kriegen sollen oder keine ahnung ich finde das alles scheiße ich habe wirklich gewissens bis ich hätte gewissens bisher das zu tun ja also ich habe wirklich keine lust irgendwie eine art paywall zwischen relevanten content zu haben weil das muss für alle verfügbar sein versteht ihr für alle menschen müssen diese inhalte verfügbar sein jeder muss das sehen können jeder muss daran lernen können egal aus was für verhältnissen er kommt das ist halt das problem und deswegen deswegen haben wir das nicht ja ist also gerne alles zweite brandrede schoko 1960 danke für deine spende du erklärst wie erklärst du das paradoxon japan mit massiver geldausweitung jen und deflation um ehrlich zu sein in dem japan thema bin ich nicht genug drin aber häufig ist es so dass die geldausweitung nicht direkt in umlauf kommt und dass sich das erst jahre später bemerkbar macht aber irgendwann macht das nicht bemerkbar japan ist ein thema da muss ich noch mal im detail reingucken ich weiß aber also ich hatte mit irgendwem damals schon mal darüber geredet ich kriege es nur nicht mehr auf die kette der hat aber gesagt ja das ist mit zweierlei maß gemessen ja da wäre ich vorsichtig jetzt erst mal ich gucke mir das noch mal an und vielleicht spreche ich dann irgendwann in den nächsten streams oder noch mal darüber ja z creative danke für deine spende vielen vielen dank wäre in diesem zusammenhang mal interessant wie lange die leute sich hier schon mit bitcoin auseinandersetzen ein blogtrainer ja die meisten schwöre ich dir seit einem halben jahr ja roman wir lieben dich jaguar danke ich liebe euch auch alle ja ich liebe euch auch alle absolut gut eine sache noch kleiner teaser spannung 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 wir haben uns am freitag also ihr müsst es so sehen blogtrainer unser unternehmen bis cyber gmbh ist ein unternehmen da sind so zwölf leute ja wovon jetzt nicht alle in vollzeit sind also wir haben ein paar vollzeitangestellte wir haben ein paar studenten und ein paar 450 euro angestellte und zwei drei externe mitarbeiter die aber quasi dauerhaft für uns arbeiten so freelancer die halt dauerhaft projekte mit uns umsetzen ja aus dem entwicklungsbereich wenn wir festangestellten entwickler zwei festangestellte entwickler und so und also das heißt hinter blogtrainer steht ja wie cyber mein unternehmen was ich zusammen mit dem basti besitze führe wie auch immer wir sind gründer und geschäftsführer beide zusammen uns gehören jeweils 50 prozent und das ist einfach unser baby ja blogtrainer ist ein teil davon ja daraus ist das ganze entstanden und wir wollten einfach weitere standbein haben gerade weil wir beide informatiker sind und da sehr viel expertise aufgrund unserer karrieren haben basti jahrelang freelancer waren mehreren start-ups mit am start war und ich halt ich bin seit 2018 dabei halbes jahr internet man sorry internet man ja ich meine natürlich viele neue halt manfred kraus danke für die kanalwirtschaft genau und es ist halt so dass wir das unternehmen so aufgebaut haben und dass viele dieser leute an blogtrainer mitarbeiten auch teilweise die aus dem entwicklungsbereich machen auch mal was für blogtrainer und dass wir im hintergrund irgendwelche sachen erfassen können und daten und so weiter und ja ich habe euch mal versprochen das team vorzustellen und diesen freitag haben wir team event das erste und viele unserer mitarbeiter habe ich persönlich noch nie getroffen ja okay mittlerweile schon wegen der bitcoin zitadelle aber doch ein paar kommen auch die persönlich noch nicht getroffen habe weil wir komplett dezentral arbeiten wenn man so will ja wir haben mitarbeiter also unsere mitarbeiter kommen zum teil zwar aus münster andere kommen aber aus nürnberg und so ein ganz weit weg also komplett auf deutschland verteilt und die reisen alle an und mit den leuten machen wir ein team event und die die wollen ja das sind auch nicht alle das weiß ich jetzt schon aber die die wollen ach so ja basti ist mein geschäftspartner die die wollen die werden in dem stream zu sehen sein auch eure fragen beantworten und wir werden mal ein bisschen über die arbeit bei uns bei blogtrainer für blogtrainer für das unternehmen wie cyber gmbh ein bisschen sprechen diesen freitag ja wann wie viel uhr weiß ich noch nicht genau ich denke mal so gegen 18 uhr oder so könnte ich mir vorstellen ja vielleicht auch 20 uhr aber dann könnt ihr mal die leute sehen die hier mitarbeiten und könnt auch gerne dann im live stream paar fragen stellen wenn dann wirklich eine große runde film so eine stunde oder sowas ja und dann könnt ihr das mal sehen was sich hier hinter so alles gebildet hat ja wirklich wirklich spannend gut guti guti wir gucken ein paar spenden durch und dann kommen wir auch gleich zum ende markus wer danke für deine spende danke für die unterstützung fish cop indiana 5 euro vielleicht meint er einen pro kanal im sinne von einem freien youtube deep dive kanal für die die schon länger dabei sind auch eine idee auch eine idee ich überlege mal wir haben auch noch andere kanal ideen ja tatsächlich überlege ich auch den bertadelle kanal der hier unten empfohlen ist noch mal um zu strukturieren und den einfach nur roman zu machen also so roman only kanal weil ich habe echt coolen scheiß den ich euch zeigen möchte und ja vielleicht interessiert es euch manfred kraus danke noch mal für die kanalmittenschaft good times danke noch mal für die zwei euro welches software nimmst du für die note empfiehlst du den raspy blitz ja den raspy blitz auch wenn du komplett blutiger anfänger bist nimmst du erst mal umbrill du kannst umbrill später auch mit einem relativ leicht skript in den raspy blitz umwandeln ja aber absolut das kannst du schon mal machen ja die em cry bit danke für deinen spende für deine sicht weil sichtweise bezüglich des abokanals gönn dir vielen vielen dank lieber dm vielen dank für deine spende ja danke für die unterstützung da stefan danke auch für deine unterstützung hallo roman du wolltest doch mal wieder ein update zu mit valanuri geben sind die jungs jetzt wieder in der spur und empfehlenswert ja stefan tatsächlich sind sie also wisst ihr was das mache ich wenn die zeit bleibt morgen morgen werde ich dann kurz video dazu produzieren so als offizielles video zu dem thema für die die es nicht wissen ich habe früher gerne nur die empfohlen und dann gab es ein paar technische probleme und der support hat nicht geantwortet und so und die haben massiv also wirklich ihr team ich glaube verdreifacht oder vervierfacht oder so das support team wirklich wahnsinn die haben sehr viele fehler ausgebessert die haben eine task force aufgesetzt bei uns im forum auf alle community fragen geantwortet bei den problemen geholfen wir haben persönlich mit leuten aus unserem näheren kreis tests gemacht haben support tickets erstellt haben geschaut wie lange brauchen die zu beantworten und so und ganz ehrlich die haben so gut auf die kritik gehört dass ich nur absolut wieder empfehlen kann ja also wirklich eine empfehlung geht hier raus für nuri und ich fand das also ich fand ja mega gut darauf reagiert ja die haben sich ohne scheiß also nach meiner kritik haben die sich mit den ganzen höheren leuten da auch mit mir zusammengesetzt haben gesagt hier roman danke dass du uns da ja so ein bisschen die augen geöffnet hast wir wussten wir haben hier und da probleme aber du hast noch mal auf den punkt gebracht und wir haben nachgebessert und so und ja tatsächlich gute guter service ja es gibt viele die ignorieren einfach was man sagt von daher genau aber dazu mache ich noch mal was gut dann set creative dank für die ultramitgliedschaft vielen vielen dank für diese krasse unterstützung ja vielen vielen dank thailand sagt bitte achte nur ich lebe in thailand er set creative danke für die ultramitgliedschaft vielen vielen dank marka noch mal voll note hochhalten okay hier ist sie die full note das ist echt so ein running gig oder es ist heftig ey gut ich wünsche euch noch einen wundervollen tag danke für die krasse unterstützung danke für die spenden danke für eure aufmerksamkeit ihr seid eine wundervolle community wirklich als kurze erinnerung noch mal einmal hier durch rasieren handelsblatt podcast anhören sehr zu empfehlen alle links wie immer in der video beschreibung coin tracking für steuern bitbox nur zwei jetzt aus deutschland verschickbar und damit lasse ich euch jetzt in den wohlverdienten feierabend macht es gut liebe leute bis zum nächsten mal ihr seid die besten tschüss zusammen vielen dank für alles wenn ihr euch jetzt in die ну wir 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 wir